Servus, ich bin die Elisabeth Forster und ich freue mich sehr bei den Bayerischen Bass-Tagen in Mühldorf vom 28. bis 30. Oktober mit von der Partie zu sein. Neben Kammermusik und Symphonieorchester ist mir vor allem die Nachwuchsförderung auf dem Kontrabass sehr wichtig. Seit 2014 habe ich das große Vergnügen an der Musikschule Weinfelden in der Schweiz eine Minibass-Klasse aufbauen zu dürfen. Natürlich ist der Freudenstein-Minibass auch mit von der Partie. Ich freue mich sehr, euch Ende Oktober in Mühldorf bei den Bayerischen Bass-Tagen wiederzusehen.